Shalom Aleichem. Beim Gebet von Shabbat gibt es eine besondere Gebet, Kel Adon, al kol am Aasim. Hashem ist der Er auf alle Sachen in dieser Welt. Und es gibt dort eine Stelle, die jahrenlang mir fasziniert. Und ich werde das euch heute singen und erklären. Gebet von Shabbat gibt es eine besondere Gebet. Er gestaltet sie mit Erkenntnis, mit Einsicht und mit Verstand. Kraft und Stärke gab er ihnen, zu herrschen inmitten der Welt. Also wir sehen in dem Passuk, dass die Meerot, der Mond, der Sonne haben Erkenntnis und Verstand. Und Sechel, das ist sehr interessant. Also sie haben irgendeine Intelligenz. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das ist etwas ganz Besonderes. Bechol Oilom, Smeichim Be'zeisom, Vesosim Be'voyom, Oisim Be'emore'zoin ko'inom. Vollglanz und hellehstrahlend, schön ist ihre Glanz in der ganzen Welt. Sie freuen sich beim Aufgehen, Frohlocken beim Untergehen, erfüllen mit Ehrfürcht dem Willen ihres Schöpfers. Unglaublich, wie schön. Die Sonne, jeden Tag, macht ihre Aufgabe, richtig. Soldat, nicht umsonst, heißt sie Shemesh. Shemesh bedeutet so wie Shamesh, Diener, Diener von Hashem. Wie sagt man ein kleines Shemesh, ein kleines Sonne? Shemshon, Sun, Sunnele. Jeden einer von uns ist ein kleiner Shemshon, ein kleiner Shamesh, ein kleiner Diener von Hashem, von seiner Familie, von seiner Gemeinde. Wir sollen lernen von der Sonne, ihre Aufgabe richtig zu machen, so wie Hashem hat sie gestellt. Shkoiach.